Das soll doch der Herr Reiter singen, aber das kommt doch viel später. Das singe ich und das kommt jetzt. Liebe Hörerinnen und Hörer, statt der vorgesehenen Schallplatte, die wir Ihnen leider aus technischen Gründen nicht bringen können, wird jetzt Fräulein Viktoria Müholt ein Lied vortragen, am Flügel begleitet von Herrn Kannegießer. Viktoria Bülow singt Ihnen jetzt das Lied vom Chinderatatatatatata Radio. Bitte. Wo man geht, wo man sitzt und steht, Ist vom Radio heut nur die Red Vom Kellerloch bis hoch zur Mansart Ist alles drin, vernarrt Manche Meid, wenn schon schlafens Zeit Steigt ins Bettchen empfangsbereit Und sie genießt mit dem Ohr Ihren Lieblingstenor Horizontal, ideal Die schöne Adrienne SchRA-T-T-T-T-T-T- Radio Hat eine Hochantenne SchRA-T-T-T-T-T-T-T- Radio Die schöne Adrienne, Schindratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Die Fonten sendern, tra-ra, 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 rio. Die schöne Adrienne, die tra-ra-ra-ra-radio, hat eine große Pelle, die tra-ra-ra-ra-radio.